Wenn man das Endergebnis sieht, könnte man denken, Holstein Kiel hat heute nichts auf die Reihe bekommen. Dem war aber nicht so. Ich fand, es war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel und es hätte auch 2 zu 2 oder 3 zu 3 enden können. Das hat man ja auch an den Expected Goals gesehen. Ja, so hat Paderborn aber 7 zu 2 gewonnen. Warum so deutlich? Ja, hört es euch selber an. Ja, und ich hoffe, euch gefällt das Video. Ja, wir waren heute zu Gast in Paderborn. Schwierige Aufgabe. Es gab schon viele Partien zwischen Paderborn und uns, die sehr, sehr spannend waren. 4 zu 4 oder 3 zu 4. Also es fallen immer viele Tore meistens. Und ja, wir hatten schon am Anfang an Pech, muss man sagen, in der siebten Minute. Ich frage mich, warum hat der Paderborner den Kopf so weit unten? Da hat der Kopf nichts zu suchen. Blöder Umstand ist aber auch keine klare Fehlentscheidung. Deswegen Elfmeter, okay. Der war dann drin. Ja, kurze Antwort kam von uns dann nur drei Minuten später. Durch Julian Korpskripski, der ja erst schon am Boden lag, sich dann wieder hochrappelt. Das Ding auf Korps flankt, der haut das mit dem Knie rein. Da habe ich noch gedacht, hm, vielleicht ist da ja doch noch was drin. Allerdings hat Julian Justwan drei Minuten später das Ganze zur Nichte gemacht. Und auf einmal stand es wieder 2-1. Schlecht verteidigt heute einfach nur. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das Einzige, was man Kehl vorwerfen kann, ist einfach die Verteidigung. Komplett schwach. Däne sah auch nicht immer gut aus. Aber trotzdem, ja, 2-1. Und dann begann die wilde Fahrt. Raphael Obermeier, 25. 3-1. Felix Platte, 29. 4-1. Und nochmal Felix Platte, 38. Minute, 5-1. Steven Skripski nochmal mit dem 5-2. Sehr, sehr schönes Tor übrigens. Wenn nicht sogar heute das Schönste mit dem 5-2. Und ich habe nicht wirklich daran geglaubt. Aber als, ja, Rehse fast das 5-3 gemacht hätte, habe ich gedacht, hm, vielleicht ist da doch noch was drin. Wirklich geglaubt habe ich aber nicht dran. Wenn es das 5-3 gewesen wäre, dann vielleicht. Aber Paderborn hat das Ganze super verwaltet. Marvin Piringer hat dann in der 52. Spätestens da, wenn noch welche Minimalhoffnung hatten, den Deckel drauf gemacht mit dem 6-2. Und danach hat Paderborn eigentlich nur noch verwaltet. Man kann Kiel ja keinen Vorwurf machen, dass sie es nicht probiert hätten. Sie haben wirklich probiert und hatten auch von den Torschüssen ja eigentlich fast genauso viele wie Paderborn. Und Ballbesitz war auch ausgeglichen. Bloß die Chancenverwertung bei Paderborn war halt brutal. Die ersten vier Schüsse von Paderborn waren alle drin. Und Kiel hatte auch super Chancen, hat diese aber nicht genutzt. Und dann kann es natürlich auch nichts werden. Und ja, dann haben wir auch noch einen Elfmeter verschossen. Also zeigt ja eigentlich, dass das absolut heute nicht der Tag von Holstein Kiel war. Ich meine, der Wand verschießt Mühling mal einen Elfmeter. Und ich fand persönlich, der war nicht mal schlecht geschossen. Aber der Torwart hat ihn auch stark gehalten. Muss man sagen, dass Hut da stark pariert hat. Dennis Srebbeni in der 80. hat dann den Deckel drauf gemacht mit dem 7-2. Ein gebrauchter Tag für Holstein Kiel, ein gebrauchter Tag für Däne. Ich denke trotzdem, dass das 7-2 nicht unbedingt unsere Leistung widerspiegelt. Ich denke, wenn Paderborn 4-2, also dass Paderborn gewinnt, ist klar. Also das steht außer Frage. Das ist mehr als verdient. Aber ein 4-2 oder ein 5-2 hätte es auch getan. Aber Fakt ist, wir müssen uns jetzt anstrengen. Nächstes Spiel besser zurückkommen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das können. Und ich freue mich auf den nächsten Spieltag. Haut rein. Und ich freue mich auf den nächsten Mal. Und ich freue mich auf den nächsten Mal.